So, jetzt ist die zweite Ladung. Okay, schauen wir jetzt die erste Ladung, okay, von meinem Sohn, mit Sanomat. Wow! Wow, Leute, ist super! Sanomat für schwarze Wäsche ist super! Ah, nichts passiert, Leute, schau das an, okay, die Farbe ist nicht verbleichend, super sauber und die Farbe auch bleibt. Schauen wir, okay, schau, ja, super! Oha, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Schau, Leute, nichts verbleichen, nichts passieren. Okay, ich bin sehr zufrieden. Okay, super toll. Schau, alles Picobello sauber. Picobello sauber und schwarze Wäsche, schau, nichts verbleichend, gar nichts. Okay, von Kroatien sehr sauber. Ich bin sehr, sehr zufrieden, Leute. Okay, schau, ich bin sehr zufrieden und glücklich. Du würdest mir nicht glauben, weil mein Sohn hat viele, viele schwarze Wäsche, weißt du? Genau wie ich. Und er kommt von Kroatien. Dann habe ich gedacht, oh, scheiße, wie soll ich das alles desinfizieren? Und jetzt wissen wir, einfach mit Sanomat. Okay, Leute, mit Sanomat. Alles ist einfach Corona-frei. Und nicht mal verbleichen, Leute. Okay, warte, ich nehme nur die zweite Ladung von ihm. Und es nicht mal verbleichen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und morgen nehme ich dann seine Handtücher und so weiter. Wie wasche ich jetzt die zweite Ladung, Leute? Ich sage euch, okay? Ich will seine Urlaubsgefühle nicht wegnehmen. Dann tue ich einfach eine meiner Lieblingswäsche-Parfüren von der M. Heißt Summer Happiness, okay? Wie duftet das, Ferika? Ja, in meiner Nase duftet einfach genau wie Urlaub, okay? Genau wie Urlaub. Ich will nicht seinen Urlaub wegnehmen, weißt du? Und ich nehme für Duft, also für schönen Duft, von April frisch, okay? Deswegen hasse ich Pots. Die platzen einfach ohne Grund. Ich habe nichts getan, gar nichts. Und die platzen einfach. Deswegen, Leute, ich bin einfach nie zufrieden mit Pots, außer von Lenore Lila, okay? Weil Lenore Lila, meiner Meinung nach, ist einfach die beste überhaupt, okay? Die beste Parfum überhaupt. Und natürlich tun wir wieder die gute, perfekte Sanomat. Und ist für schwarze Wäsche geeignet, okay? Ist von Ferika, Queen of Laundry, schön probiert. Und für weiße Wäsche geeignet. Und für schwarze Wäsche auch geeignet. Anti-Corona, Leute, okay? Eure schwarze Wäsche auch trotzdem desinfiziert. Anti-Corona. Und die Farbe ist nicht verbleicht. Okay? Welche Parfum nehmen wir für Ferika? Das sage ich euch gleich. Zuerst machen wir normal Hygiene, okay? Und drücken wir einfach Start. Für Parfum habe ich von der M, okay? Von der M genommen, die Summer Paradise, weil ich will nicht seine Urlaubsgefühle wegnehmen. Sorry, heißt Summer Happiness, okay? Mit Sanomat. Und für frische habe ich einfach All-in-One-Pots Lenore April-Frisch. Ich will einfach schauen, wegen Schaum. Deswegen, Leute, ich bin nie zufrieden mit Pots, außer Lenore Lila. Aber ich bin sehr zufrieden mit Sanomat, weil alle schwarzen Wäsche ist nicht mal verbleichen, okay? Alles super sauber und bleibt schwarz. Okay, ich habe Lenore April-Frisch und Summer Happiness von der M, weil dann hat er wunderbares Urlaubsgefühle. Das heißt, jetzt sind wir alle sicher, dass Sanomat auch gut für schwarze Wäsche ist. Weil alle mein Sohns schwarze Wäsche auch trotzdem schwarz. Auch mit Pots und mit Summer Happiness, Summer Happiness. Und morgen zeige ich euch dann, wie ich seine Handtücher von Urlaub auch wasche. Obwohl er ist getestet, negativ. Aber ich würde das weiter so machen, wie ich bis jetzt mache. Ich tue ein bisschen noch Sanomat, weil ich bin sehr glücklich jetzt, ich bin jetzt sehr glücklich mit dem Ergebnis. Warte Leute, jetzt gebe ich einfach ein bisschen mehr, weil mein Sohn schwarze Sachen ist trotzdem sehr schwarz, nicht verbleichern. Und für Parfum, weil ich habe April-Frisch genommen, also April-Frisch-Pots, dann nehme ich auch die Weichspüle, April-Frisch. Okay Leute, April-Frisch, oh mein Gott, ist einfach ikonisch. Du kennst ja, du musst einfach das haben, wenn du Wäsche lieb hast. Und weil ich will nicht seine Urlaubsgefühle wegnehmen, dann natürlich nehme ich Lenore Sommerbrise. Okay, mischen wir zusammen, weil dann hat er immer noch seine Urlaubsgefühle. Okay Leute, und wir sparen nicht. Das ist schon voll bei maximal, oh mein Gott. Die hier zusammen, Leute, hast du das schon probiert? Die zusammen, April-Frisch- und Sommerbrise. Hast du das hier schon probiert? Schau das Juice an, ist wie Regenbogen. Und Leute, duftet einfach. Oh mein Gott. Duftet einfach einzigartig. Einzigartig. Okay, ich bin sehr glücklich mit Sanomat. Passiert nichts in schwarzer Wäsche. Okay. So, das heißt, wir können weiter meine schwarzen Sachen auch desinfizieren. Okay. Mit Sanomat. 60 Grad, Leute. Ja, nicht vergessen. Desinfizieren. Immer 60 Grad. Mit Sanomat. Dann bist du sicher, dein Sachen ist Corona-frei. Und nicht vergessen, wenn du kommst von Urlaub auch noch testen. Und nicht vergessen auch noch Quarantäne. Und dann, so wärst du deine Sachen. Ich bin sehr zufrieden. Die erste Ladung duftet sehr schön. Duftet einfach sehr schön. Und alles ist nichts verbleiben. Okay. Weil mein Sohn ist auch genau wie ich. Er liebt auch schwarz. Nichts verbleiben, Leute. Schau. Okay. Alles in Ordnung. Okay. Nichts verbleiben. Nichts verbleiben. Also, das heißt, wir können einfach unsere schwarzen Sachen auch mit Sanomat waschen. Okay, Leute. Ist schön von mir probiert. Und brauchst du keine Sorge. Okay. Schau. Alles noch schwarz. Und sein T-Shirt. Alles schwarz. Okay. Nichts verbleiben. Seine kurze Hose. Dunkelblau. Okay. Und Corona-frei. Was willst du noch mehr? Und sein Unterhose. Grau. Ja. Auch nichts verbleiben. Okay. Nichts verbleiben. Und seine Bandana. Ja. Schwarz. Das heißt, Leute. Wir können einfach weiter desinfizieren. Okay. Unsere schwarzen Sachen mit Sanomat. Okay, Leute. Dann ist von mir schön probiert. Und keine Sorge. Eure schwarzen Sachen ist trotzdem schwarz. Wir sehen uns. Und schau. Später. Die zweite Ladung wurde auch Corona-frei. Duftet sehr schön. Und mein Sohn wird sehr glücklich sein. Weil die duftet trotzdem wie im Urlaub. Wir sehen uns an meinem nächsten Video.